Hallo und schön, dass du da bist. Märchen sind toll. Wenn du keines mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wie der Schubkarren doch recht hatte. Von Otto Stückrat Es ging einmal ein Dieb stehlen und nahm einen Schubkarren mit, um die Diebsware aufzuladen. Nun war es dem Schubkarren an diesem Tage um Arbeit aber gar nicht zu tun. Deshalb knurrte er auf dem ganzen Weg vor sich hin, sodass der Dieb ihn endlich fragte, was er denn zu knurren und zu murren habe. Da sagte der Schubkarren ganz deutlich, Haut gibt's naut, Haut gibt's naut. Das sollte heißen, heute wird aus dem Stehlen nichts. Der Dieb wurde sehr zornig und sagte, Ach was weißt du, alter Schubkarren von Stehlen, von Spitzbubenkram. Wart, ich will dir's weisen. Und er fuhr weiter. Der Schubkarren aber knurrte und murrte immer zu. Und wenn er an einen Stein stieß oder über einen Hüppel fuhr, dann sagte er ganz laut, Naut! Das wurde dem Dieb endlich doch zu viel und er sagte, Wenn du jetzt nicht stillschweigst, so fahre ich grad aus und stehle einfach Rüben. Der Schubkarren schwieg einen Augenblick still. Dann aber knurrte und murrte er wieder. Da kam der Feldschütz des Weges und fragte den Dieb, wohin er fahren wolle. Der Dieb gab ihm eine Antwort, die war nicht gehauen und nicht gestochen. Das ärgerte den Schubkarren ganz entsetzlich und er schrie, als der Dieb weiterfuhr, Rüwe holle, Rüwe holle. Dann kam ein Stein und er schrie, Naut wie Rüwe holle. Als das der Feldschütz hörte, ging er dem Diebe nach, ohne dass er es merkte. Nun war der Dieb am Rübenacker. Eben wollte er sich dran machen und Rüben rupfen, da sah er den Feldschütz daher traben. Er fasste den Schubkarren flink an und lief, was er laufen konnte. Da schrie der Schubkarren vergnügt, Haut gibt's, Naut, 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 ich uns gesaat, gesaat. Und so hatte der Schubkarren an diesem Tage recht behalten. Danke fürs Zuhören. Wenn dir das Märchen gefallen hat und du noch nicht schläfst, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Und falls du noch nicht schlafen kannst, findest du hier ein weiteres Märchen. Bis bald. Und dann, wenn du noch nicht schlafen kannst. Vielen Dank.